Und leg mal los, Krach macht's auch, aber hier stehen hochrangige Studien der Universität in Erlangen, die beweisen konnten, dass die Muskeln zusammenhelfen, dass letztendlich, egal wo im Körper, Muskeln agieren und dass keine Armbewegung möglich ist, ohne dass nicht Ihr Bauch was tut. Schritt, den Sie vielleicht auch jetzt im Urlaub tun, es ist das Reiseset schlechthin. Bei jedem Schritt, wo Sie die Exkurs mitnehmen, bei 30 Prozent, bei jedem Schritt. So überlegen Sie mal, das heißt, wenn Sie sich jetzt aufraffen und sagen, Sie möchten sich bewegen, Sie möchten ein bisschen Sport machen, Herrschaften gebrauchen, die älter werden. Es ist nämlich auch so, dass Sportler dadurch einfach fitter werden. So, lassen Sie nicht allein, also auch das übrigens eine super Idee mit einer praktischen Tasche, sodass Sie das Ganze auch wunderbar mitnehmen können, wenn Sie zum Beispiel auf Reisen sind. Und wenn Sie sagen, gut, Sie haben jetzt vielleicht die ganze Sendung nicht genau verfolgt. 275 472, die Artikelnummer. Freitag ist ja wieder da, Nick Chavez und sorgt für die Hollywood Haarfrisur. Vorher sorgen wir dafür, dass Sie sich wohlfühlen und gut aussehen mit Barbara Klein. Denken Sie nach wie vor an die Lupinen-Eiweiß-Tubs, die wir Ihnen anbieten können, jetzt mit Aloe Vera. Die werden immer noch bestellt und bestellt und bestellt. 275 474 ist da Ihre Artikelnummer. Barbara, jetzt wird Moon gesurft. Genau, wir werden gleich auf dem Display, sage ich, eine Grafik anschauen. Sie haben hier ein Gerät, auch noch einmal, dass wir es zeigen wollen, denn der Sommer steht vor der Türe. Sie haben drei Programme dabei. Ein Basic-Programm, ganz speziell konzipiert für absolute Einsteiger, sei es aus Gewichtskunden, sei es bei einer Sportpause von 40 Jahren da war. Mit dieser Basic-Pause, ja, ich habe ganz viele Kunden, die tatsächlich sagen, die sind 60, 70 Jahre alt und sagen, ich würde ja gerne mal Step machen, ich würde ja gerne mal den Moonsurfer benutzen. Aber ich habe 40 Jahre nichts gemacht und hier und du jetzt sogar mit von 30 Bewegungen, die damit machbar sind. Und deswegen ist es eine Art kleines Fitnessstudio. Ein bisschen auf die Figur achten. Das ist das Gerät, was unkompliziert ist, macht keinen Lärm, es ist unkompliziert und es ist vor allen Dingen einfach. Und es gibt viele Übungen für alle Körper. 6.000 Fitnessstudios in Deutschland werden mir gedacht, ich bringe Ihnen einen Step, aber gleich noch acht andere Geräte nach Hause. Allein das, was Hadia im Moment macht, heißt, wenn es mal rauf und runter, da betreue ich Sie sozusagen fast eine Stunde lang. Nichtsdestotrotz ist es auch eine Möglichkeit, die Körpermitte mit den Pilates-Übungen anzugehen, den Beckenboden zu stärken, einfach mehr Rumpfspannung, Rumpfstärke. Rumpf ist sozusagen der Baum und damit sich Ihre Äste später perfekt bewegen können, brauchen wir hier die Kraft. Und diese Kraft bekommen Sie mit den Übungen der Pilates-DVD. So, also bitte, wenn Sie sagen, hier möchte ich zugreifen, hier möchte ich für mich was tun, für meinen Körper. Und Barbara, um halt eben auch da dafür zu sorgen, dass der Körper die Pakete zu schnüren, alles, was Sie innerhalb eines Tages in ein Päckchen hineingeben, da kann ich Ihnen wirklich nur... Viel, viel schlauer und viel, viel effektiver. Und viel, viel begrenzter im Moment, höre ich gerade. Okay. Also bitte unbedingt zugreifen, 72 Stück können wir Ihnen noch anbieten, das wird sich gleich ausvergreifend dazu. Eiweiß dazu, damit der Körper nicht Ihr wertvolles Muskeleiweiß angreift. Das dann auch innerhalb von 30 Minuten. Aber Eiweiß empfehle ich eben auch deswegen, das pflanzliche Eiweiß, zu viel tierisches Eiweiß hat Purin. Purin kann Gicht fördern, zu viel Cholesterin, das ist nicht gut für die Arterien. Hier ist es pflanzlich ohne, ohne, ohne irgendwelche Nebenwirkungen. Und mit einem tagschön pflanzliches Eiweiß. Kohlehydrate nochmal, können eben einen Insulinanstieg bewirken. Es ist dann, für Hidraten einfach Eiweiß dazu zu packen. Und wer nicht zu jählen, der ist Butter tost. Aber dazu dann drei Chaps. Und deswegen, wir dürfen genießen, alles was dogmatisch Diät bedeutet, heißt für Sie, holen Sie sich aus dieser Jo-Jo-Falle raus, geben Sie Ihrem Körper Nahrung. Aber geben Sie ihm intelligente Nahrung. Und wie diese Hormone zusammenspielen, steht in diesem Büchlein. Wir haben zum Beispiel Nick Chavez wieder bei uns sein. Viele, viele Stars, die Ihnen einfach viele Möglichkeiten geben möchten, wie Sie sich stylen können. Und wir haben eine neue Friseurlinie, die wir Ihnen präsentieren möchten, nämlich Karin Bartholome wird bei uns sein. Ihre Produktkollektiv-Staben sortieren. Bei uns geht es weiter, nämlich mit einem Hinweis auf unser heutiges Tagesangebot. Ein Fitball. Es ist ja nicht nur der Ball, aber ganz wichtig. Wenn Sie ihn jetzt bestellen, können Sie praktisch die EM mit Mann, ohne Mann, mit Freundin oder egal, draußen im Garten noch aktiv genießen. Denn der Ball made in Germany, er kann nicht platzen, bis 300 Kilo belastbar, ist nur ein klitzekleiner Bestandteil. Und jetzt muss ich kurz bei dem Set immer explodieren. Denn ich finde hier diesen Preis so faszinierend. Und was Sie bei Tanja sehen, ganz nebenbei aufpassen, ist die Lösung, wie Sie Ihre Rückenprobleme durch eine Eigenmassage tatsächlich in den Griff bekommen können. Denn die gesamte Wirbelsäule wird wie ein Türmchen wieder zurechtgerichtet. Und ich habe heute ein sehr schönes Magazin in Amerika, das sage ich nämlich auch jedes Mal, hat jeder Sportler, jedes Studio, jeder Trainer eine solche zu. Die Rolle ist so abgestimmt, nicht zu hart, nicht zu weich. Sie löst die Faszien. Und das ist, wenn Sie jetzt sitzen und sagen, sie löst die Faszien. Unsere Muskeln, aufgrund von Absatz, aufgrund von Joggen, aufgrund von zu viel Sitzen, wenn Sie diese Faszien nicht lösen und sich selber massieren, die Waden, die Venen, wenn Sie das nicht alles bearbeiten, die Muskulatur durchbluten, den Lymph, den Blut drücken, Diese Rolle löst Verklebungen, das Bindegewebe wird richtig schön bearbeitet. Und der Preis hier, das ist eine Massage beim Therapeuten. Nur haben Sie hier Ball für Kinder, Ball für sich, während des Büros, während dem Fernsehen, im Garten. Die haben mein Rückenbuch, 80.000 Menschen haben dieses Wirbelsäulenbuch von mir schon zu Hause. Wer sagt, habe ich schon? Hat in diesem Set eigentlich drei Produkte. Die Rolle mit DVD, was Tanja gerade macht, ist so eine kleine Problemzone manchmal bei uns Damen. Hat doch gar keine. Dieses Tanja natürlich nicht. Sieht gar nicht so an hier. Nur ist es so, hier außen die Oberschenkelmuskulatur und das Bindegewebe so schön selber bearbeiten. Das heißt, die Rolle ist auch ein bisschen fester, die gibt also nicht so nach? Die gibt nicht so nach, aber sie ist nicht so hart. In Amerika gibt es hier häufig welche, die tun weh. Erschrecken Sie nicht. Es tut gut. Sie stehen auf. Und wenn Sie die Rolle Ihrem Physiotherapeuten zeigen, wird er einfach sagen, ja, wieso hast mir da nicht auch eine bestellt? Alleine die Rolle. Dann sollten Sie immer wieder daran denken, wenn Sie berufstätig sind, wenn Sie viel zu tun haben, wenn Sie vielleicht Kinder haben, wenn Sie einfach sagen, ich habe wenig Zeit, mich um mich zu kümmern, dann ist so ein Set eine ideale Möglichkeit, vielleicht Ihr schlechtes Gewissen auch ein bisschen zu beruhigen. Und deswegen empfehlen wir Ihnen natürlich auch da, gerade wenn Sie eh einfach mal was für sich tun möchten, schnüren Sie sich Ihr Paket, arbeiten Sie in diesen drei Dosen. Vielleicht haben Sie ja ein Enkelchen oder eine Freundin oder eine Mama. Eine ideale Ergänzung dazu, wenn Sie sich halt ein bisschen bewegt haben, Barbara, man muss jetzt gar nicht wahnsinnig viel schwitzen, aber halt eben ein bisschen was getan haben. Nein, genau. Also auch nochmal wichtig hier, die Physio-DVD mit dem Ball wäre der Start oder die DVD mit der Rolle wäre eben der absolute Start. Die Rolle nochmal, für alle Sportler ist es ein Muss. Wer Sport treibt, egal ob Fußball, Tennis, Handball, wer jemand kennt, der diesen Sport treibt, wer die Rolle danach nutzt, der wird Sie küssen. Es macht Sie wortwörtlich größer, länger, Verklebungen werden gelöst, die Durchblutung wird verbessert. Wenn Sie sich überlegen, wie viel Creme Sie zu diesem Preis schon auf Ihre Beine zum Teil geschmiert haben. So, nur noch in begrenzten Stückzahlen vorrätig. Also bitte unbedingt auf hier zugreifen. Nochmal ein richtig großes Rücken-Set. Barbara, nochmal ganz kurz zum Abschluss zusammengefasst. Was ist in diesem Wahnsinnspaket alles drin für 49. Genau. In diesem Set ist mein Rückenbuch mit DVD, einer Wirbelsäulengymnastik. Da ist ein Programm für den Ball, auf dem wir hier bouncen. Einmal auch wieder in Kalorien zu verbrennen. Einmal, wer Rückenbeschwerden hat, wie kann ich denn da drauf aktiv sitzen, stützen, was kann ich machen? Das ist ja eine große Erklärung. Genau, vorbeugend oder therapieren, wer schon Beschwerden hat. Er hat ja mal das Image eines Schwangerschaftsfalles gemacht, zu Recht, weil ein Baby schläft automatisch ein, wenn wir da drauf vom Bausten. Aber er kann halt so viel mehr. Und dann haben wir auch nochmal wirklich nur für unsere QVC-Familie diese Rolle mit DVD gepackt, die eigentlich alleine 40 Euro kostet. Und diese Rolle ist eine therapeutische Rolle, die Sie massiert, die Sie durchblutet, die Ihr Bindegewebe verändert, die Muskelketten sozusagen einfach wieder stimmig macht. Das Entscheidende für Sie ist, für 49,75 Euro, bitte unbedingt hier zugreifen, 275-494. Wir haben das Rundum-Sorglos-Paket, um für sich was zu tun, um auf Ihren Körper zu achten, um halt eben präventiv auch was zu machen. Das vielleicht gar nicht dazu kommen zu lassen, dass man das andere Zifferlein bekommt. Genau, und alleine dieses Bouncen, dieses Wippen, was Sie jetzt sehen, das durchsaftet Ihre Bandscheiben, das tut Ihnen gut. Und wie oft sitzen wir vom Fernsehen, wenn Sie angefangen haben, sich zu bewegen, es ist Ihr Leben, das Sie jetzt in den Griff kriegen können, in drei Tagen.